Wiem Langlauf zu langweilig ist, der sollte es vielleicht mal mit Ski-Yearning versuchen. Dabei hängt der Skifahrer hinter einem Pferd und lässt sich mit einem PS durch die verschneite Landschaft ziehen. Dem mehrfachen Ski-Yearning-Champion Franco Moro war das wohl nach 16 Titeln zu langweilig. Er wagte das Experiment, sich von 575 PS ziehen zu lassen. Doch nicht etwa so viele vierbeinige Galopper übernahmen den Job. Moro ließ sich von einem Bentley Continental GT in den Schweizer Alpen ziehen. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber verrückt anmutende Aktionen haben bei Bentley Tradition. In den 20er Jahren waren es die Bentley Boys, die mit ihren Autos den damals lebensgefährlichen Autorennen ihren Stempel aufdrückten. Die Siege in Le Mans legten den Grundstein für den Mythos der Marke. Die letzte verrückt anmutende Aktion fand 2011 auf einem zugefrorenen See statt. Der unerschrockene Ex-Rallye-Profi Juha Cancun knackte den Geschwindigkeitsrekord für Automobile auf Eis. Mit unglaublichen 330 Stundenkilometern. Auch wenn sich das automobile Ski-Yearning kaum zu einer eigenen Trendsportart entwickeln dürfte, wären die Bentley Boys garantiert stolz gewesen, wenn sie dieses Abenteuer hätten erleben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017